Ein schöner Herbsttag in Franken. Freilich ist es schon etwas frisch und dazu ziemlich windig. Doch so ein Ritt durch den goldenen Oktober ist einfach herrlich. So ein Ritt durch den goldenen Oktober. So ein Ritt durch den goldenen Oktober. So ein Ritt durch den goldenen Oktober. Mein Ziel liegt im Altmühltal, etwa in der Mitte Bayerns. Die Kleinstadt Pappenheim kommt in Sicht. Der historische Stadtkern ist immer wieder schön. Wie in so vielen Orten entfällt. Doch mein Tagesziel liegt etwas außerhalb von Pappenheim, im Orsteilzimmer. So ein Ritt durch denDriveGroup. Traditionell findet hier das letzte Guzzi-Treffen des Jahres statt. Es ist nur ein kleines und regionales Treffen. Es ist nur ein kleineses Treffen des Jahres statt. Der Innenhof der Gastwirtschaft zum Hollerstein ist für uns Guzisti reserviert. Und natürlich zeigt man Flagge. Benzingespräche draußen, Ratsch und Tratsch in der Gaststube. So kann man es aushalten. Am frühen Nachmittag ist dann schon wieder Aufbruch angesagt. Auch für mich wird es nun Zeit für die Rückfahrt. Der nächste Frühling kommt bestimmt. Im April 2025 sehen wir uns hier wieder. Im April 2025 Im April 2025